MMTV begrüßt Sie herzlich zum Webcast von der Intec Z 2011. Wir sprechen gleich mit Herrn Udo Hipp, Marketingleiter der Firma Hermle. Guten Tag, Herr Himmler. Guten Tag, Herr Schreuer. Die Firma Hermle ist langjähriger Aussteller auf der Intec. Was haben Sie in diesem Jahr an Neuem mitgebracht? Ja, wir haben unser neues Fünf-Achsen-Bearbeitungszentrum, die C42U, mit dabei und zeigen dort ein schönes Bauteil, speziell für die Maschine entwickelt, ein Alpenrelief in Stahl gefräst, fünfachsig. Vielen Dank, Herr Himmler. Vielen Dank, Herr Schreuer.